Heute sind wir 24 Stunden in meinem Haus eingesperrt. Ja! Leute, das wird so krass. Lasst jetzt alle schon mal ein Like da und kommentiert mit Hashtag Sui. Ey, das wird doch mies viel Spaß machen. Ey, wir wollten das mal mit Berry zusammen machen, oder? Ja, aber wo ist er eigentlich? Wo ist er? Berry? Berry, Berry, wo bist du? Ich komm schon, ich komm schon. Ich hör ihn. Jo, was geht? Ja, keine Ahnung, für die Einladung. Ja, bist du bereit? Wir werden jetzt im Haus nicht laufen. Ey, ich bin aber sowas von bereit. Ey, was ist denn hier los, Alter? Ja, boah, was in der Tasche so. Berry, Berry hat Style. Wow! Na dann, die Regel wisst ihr alle. 24 Stunden dürfen wir nicht das Haus verlassen. Sobald wir drin sind, sind wir drin und kommen nicht mehr raus. Und jetzt geht es los. Lamy, aber wieso hast du jetzt schon losgestartet? Du kommst jetzt nicht mehr raus, ich bin noch draußen. Ich hab Pech gehabt, ich hol mir jetzt das beste Zimmer. Oh mein Gott, er hat recht. Nein, Lamy, Lamy, nein. Okay, Leute, ich bin drin und ich hol mir jetzt das beste Zimmer in diesem Haus. Okay, Leute, ich mach jetzt auch einen Schritt rein und ich bin jetzt auch drin. Leute, ich bin jetzt auch drin. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Leute, hört ihr die zwei? Die sind jetzt auch im Haus drin. Das heißt, keiner darf ab jetzt das Haus verlassen. Er holt sich jetzt bestimmt das allerbeste Zimmer. Aber wir schauen mal, was es hier überhaupt gibt. So, guck mal, riesiges Wohnzimmer. Ich kann mich überall hinchillen, wo ich möchte eigentlich. Guck mal, hier unten ist schon direkt ein Zimmer. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Guckt mal, ey, wisst ihr was? Hier habe ich gleichzeitig zwei Betten. Hä? Natürlich nehme ich das heute, das ist doch krass. Und ganz ehrlich, meine Aussicht, die ist auch nicht so schlimm. Ich zeige euch das mal jetzt kurz. So. Ja, ey, direkter Pullblick. Guckt mal, ey, als ob ich hier rausklettern kann. Ich kann einfach hier rausklettern, Leute. Ey, Leute, jetzt wisst ihr, was ich mache? Ich kletter da einfach raus. Aber warte mal, ich dumme. Leute, wenn ich da rauskletter, dann habe ich doch verloren. Hätte ich mir mal lieber ein Zimmer mit einer Terrasse geholt. Ey, Leute, sagt mir jetzt nicht, dass Barry dieses Zimmer hat. Also, wenn Lamy und Barry jetzt die besten Zimmer haben, ne, dann werde ich richtig traurig. Oh, Leute, ja, Barry ist jetzt eigentlich auch im Haus. Let's go. Und wisst ihr, was blöd ist? Jatel und Lamy sind ja vorher reingegangen. Die haben sich leider die besten Zimmer jetzt gegönnt, natürlich. Aber egal, der Barry, der ist gar nicht so kompliziert. Der schaut mal jetzt hier in diesem, ähm, der Typ war schon auf Barry halt, ne. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie findet ihr eigentlich meine Aussicht? Mit Pool. Cool, wow. Ich habe jetzt auf jeden Fall dieses Zimmer gesnackt und hier werde ich jetzt erst mal meine Zeit absitzen. Leute, was sagt ihr eigentlich dazu, dass Jatel und Barry einfach schon wieder nach Madeira geflogen sind zu mir und Emily? Aber apropos Emily, hä, wo ist die eigentlich? Emily, wo bist du? Der Barry, der nimmt dieses Zimmer hier gemütlich und hat eine Aussicht. Checkt ihr? Und ich habe auch was richtig Cooles gesehen. Mein Zimmer, der hat einfach eine eigene Kuh. Versteht ihr, Leute? Ihr könnt einfach in eurem Zimmer bei der Kuh Milch nehmen. Ich habe schon einer seine Badehose bereit gemacht. Was? Barrys Hose? Warte mal, schummelt der. Guck mal, die ist nass. Ey, Leute, eine Frage jetzt. Barrys Badehose ist nass. Kann es sein, dass er in den Pool gesprungen ist, wieder reingekommen ist und einfach lügt, dass er die 24 Stunden macht? Leute, lügt er? Ja, ich würde mal gerne wissen, was Barry gerade macht. So, Leute, ich zeige euch das mal. Also, hier war ja jetzt mein Zimmer und das ist meine Kuh. Danani heißt sie. Und die macht echt gute Milch. Ich sage es euch. Hallo, Danani. Wie geht es dir? Können wir vielleicht mal einen Song zusammen machen? Danani. Boah, du bist aber schick gekleidet heute. Like das Video oder ich esse dich. Oh mein Gott, Leute, noch hatte ich Glück. Barry hat sich jetzt das Zimmer hier unten einfach neben der Kuh geholt. Der spinnt doch extrem. Ihnen geht es, glaube ich, auch nicht so gut. Naja, so, jetzt gehen wir mal hoch. Lamy hat da ein Zimmer. Schauen wir mal kurz. Oh, vielleicht ist sie ja hier. Emily? Nee, warte mal, du bist nicht Emily. Lamy, was? Also, ist das jetzt dein Zimmer? Warte mal, bist du jetzt Lamy? Nein, ich bin... Ach so, mach mal den Filter weg. Nein, ich bin nicht Emily. Aber sei mal ganz kurz ehrlich, wo ist sie denn? Steckt sie sich etwa? Vielleicht da? Emily! Emily! Ja, da bist du ja Emily! Emily! Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Challenge ist, dass wir dürfen gar nicht rausgehen. Aber der Barry ist einfach mal rausgegangen. Aber ist ja egal, die haben es gar nicht mitbekommen. Wir gehen einfach mal rein. Ich hoffe, Lamy sieht dieses Video nicht. Und hoffe, keiner von der Community kommentiert jetzt, Barry war draußen. Das ist natürlich gemein. Egal, Barry war nie draußen. Also, das ist jetzt hier dein Zimmer, ne? Na, Lobo! Ey, weißt du, was das Krasse ist? Parallel gegenüber ist auch das krasseste Zimmer. Du hast hier echt ein cooles Zimmer ausgesucht mit einer Terrasse, weil ich meinte, boah, in unten gibt es keine Terrasse. Warte mal, du sagst, das Zimmer auf der anderen Seite ist krasser als dieses hier. Ja, ja, das sag ich gerade. Nein, den Malz. Doch, doch, aber komm, wenn du wirst es auch mal rüber. Okay, let's go. Du hast auf jeden Fall eine Terrasse hier. Guck mal, Leute, Baby sieht das genauso aus. Und ich habe auch die Terrasse. Und wisst ihr, es zählt ja noch, weil du hier auf dem Grundstück bist. Also, 24 Stunden im Haus wird hier ganz angenehm. Ja, wir sind einfach 24 Stunden im Haus. Die anderen sind halt oben. Lamy, Lamy, Jansel sind alle oben. Und wir checken jetzt mal ab, was im Kühlschrank ist. Das, Leute, ist einfach eine Pepper-Pig-Torte. Lamy, Lamy, du hast echt Geschmack, sag ich dir. Ey, ich hab so Hunger. Ey, Lamy, geh mir jetzt runter was essen. Ja, aber was denn? Ja, irgendwas müssen wir jetzt aber essen. Irgendwas? Ich schließe zwei Stunden im Haus. Und was? Deine Hose ist nass. Mann, Lamy, ey, lass mal, lass mal stecken. Aha, das Zimmer ist, glaube ich, autofrei, aber sei mal ehrlich, was soll ich mit zwei Betten, versteht ihr, das macht gar keinen Sinn. Ich habe ja keinen Friend oder so. Ich habe ja eigentlich gar keine Freunde. Aber ich bin eigentlich richtig zufrieden mit meinem richtig coolen Mega-Zimmer, weil ich habe einfach eine eigene Kuh. Leute, kommentiert mal das Zimmer mit der Kuh. Die macht Move. Und das ist die Top-Auswahl von Barry. Ja, ich gehe jetzt mal einfach mal aufwärts, versteht ihr? Weil die coolen Kids, die wohnen eigentlich oben und die nicht so coolen Kids wohnen unten. Egal. Und jetzt schaue ich mal, was die so machen. Lamy, Jansel. Ja, ich bin hier. Ey, Jansel. Ja, das ist hier mein Zimmer, wo du gerade bist. Sag mal, sag mal deine Puder. Ja, 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 bei mir ist es krass so. Aber ey, schau mal bei Lamy rüber. Bei ihm ist es nicht so krass wie bei ihm. Herr Lamy, es stinkt, ne? Ja, es stinkt. Hä, das habe ich gehört, Mann. Ey, Lamy, ich habe gar nichts gesagt. Lamy ist der beste YouTuber. Tschööö. Aber Jansel, du hast was gegen mich gesagt, ne? Nein. Ja, du hast ja auch Barbecue-Schuh. Weißt du was? Barbecue-Schuh? Deine Hose ist da. Ja. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Oh, Lions. Lecker, Leute. Oh, sogar die ganze Packung ist voll. Na endlich. Jetzt ist es Zeit zum Essen. Äh, was machst du denn mit dem Glas? Wir wollten doch Cornflakes essen. Dann mache ich doch hier einfach aus dem Glas so ein bisschen Milch rein. Und warte mal, du machst erst mal Milch, bevor du Cornflakes reinmachst? Ja, damit die Cornflakes fresh bleiben. Leute, kommentiert mal, wie rum macht ihr das? Macht ihr erst mal Cornflakes und dann Milch oder umgekehrt? Okay, das habe ich jetzt aber noch nie gesehen, ne? Ich sehe das zum ersten Mal hier mit Glas und so weiter. So, oh, oh, oh. Alter, du tollpatsch. Na dann, lass die mal schmecken. Ich will mal hören, wie du kaust, Lamy, weil ich sehe das so nicht, weil du Filter davor hast. Aber... Luh, hör zu. Okay, wir hören uns das mal jetzt an. Und Lamy kaut jetzt, Leute. Was? Mhm. Ich höre das nicht. Oh, wow, Leute, hört die da? Hey, Leute, die esst jetzt einfach Cornflakes Lions. Aber seid mal ehrlich, Leute, muss man jetzt nicht immer essen. Der Berry, der mag es manchmal auch einfach vegetarisch. Hier ist er ja überwiesen. Und wenn man Vegetarier ist, dann kann man ja wohl auch das essen. Spass! Denkt ihr, ich esse wie eine Kuh? Wo ist eigentlich meine Kuh hin? Aber da hinten ist sie. Wir gehen jetzt mal wieder raus. Äh, Berry hat gerade aus Versehen wieder gecheatet und war draußen. Sorry, Leute, ich hoffe, die haben es wieder nicht mitbekommen. Ey, Berry, ey. Ey, weißt du was? Berry hat mir gesagt, er will jetzt Vegetarier werden. Berry will Vegetarier werden? Genau, also nur so Grünzeug und so. Und da wir das gerade nicht haben hier in dem Haus, ich glaube, er cheatet. Warte mal, meinst du, er ist einfach draußen gegangen und ist draußen irgendwas? Ja. Komm, wir beobachten ihn jetzt. Okay, weißt du. Komm, 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 komm. Ich glaube, er muss draußen sein, oder? Er cheatet, er schummelt einfach. Alter, siehst du das, Lami? Wie siehst du das? Er schummelt wirklich. Er ist krass. Er ist einfach aus dem Haus heraus. Das heißt, er hat verloren. Du hast verloren. Ey, du hast verloren. Ey, da sind wir nur noch für zwei jetzt übrig, ne? Ja, warte mal. Was denkst du, wer wird dieser Challenge hier gewinnen heute? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Mein Zimmer ist fertig reingerichtet. Ich bin satt. Und ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich schäme mich jetzt einfach mal hin. Also, ich werde das Haus definitiv nicht verlassen. Ja, ich auch nicht. So, schauen wir mal, wer der Gewinner wird, ne? Schauen wir mal. Also, Leute, ihr seht, Jansel trifft jetzt hier unten, aber ich gehe einmal nach oben, denn ich muss etwas bestellen. Jansel, ich bestelle jetzt was, okay? Okay. Okay. Aber ganz ehrlich, Leute, ich werde gar nichts bestellen, denn jetzt werde ich einfach mal Jansel pranken. Ich werde ihr jetzt nämlich sagen, dass ich eine Hashtag Team Pink-Torte bestellt habe. Aber das habe ich gar nicht getan. Ich werde ihr einfach gleich sagen, dass die Torte angekommen ist, aber Jansel muss die Torte abholen. Das heißt, sie muss das Haus verlassen. Und damit habe ich die Challenge gewonnen. Oh, Leute, also ich chill jetzt einfach hier, ganz ehrlich. Wieso mache ich mir eigentlich so einen Stress? Wisst ihr was? So, mit dem Chillen jetzt werde ich auf jeden Fall Erster. Ich mache das jetzt einfach und ja. Mal sehen, was passiert. Ja, irgendwie passiert hier gerade gar nichts. Okay, Leute, sie ist noch unten. Äh, Jansel? Ja? Bist du da unten? Ja, natürlich. Ich schlag noch mit dem Chillen, der ist bestimmt gewinnt. Oh, ich sehe dich. Jansel, der Lieferdienst, der ist angekommen. Hä? Was? Lamy? Lamy? Was für ein Lieferdienst? Der Lieferdienst für die Hashtag Team Pink-Torte ist da. Ja, die Torte, die ist pink. Oh, mein Gott. Du musst sie holen, na los. Okay, geht, ciao. Ey, Leute, ich glaube das einfach nicht. Ich verlasse jetzt einfach das Haus. Es ist mir jetzt echt egal. Wartet mal, das ist die pinke Torte. Leute, sie verlässt jetzt das Haus. Das heißt, ich gewinne. Und sie weiß gar nicht, dass es gar keine Torte gibt. Alter, ich glaube es nicht. Er hat so recht. Leute, lasst uns das mal öffnen. So, Leute, wir gehen nach unten. Sie müsste jetzt eigentlich draußen sein. Ey, du hast das Haus verlassen. Ich weiß. Ich habe das extra gemacht. Hier ist einfach eine pinke Torte. Hä? Woher kommt die Torte her? Ja, guck mal. Wie kommt die das aus? Moment mal. Ich weiß gar nichts von einer Torte. Was? Hä? Das sollte eigentlich nur ein Prank sein. Nein, guck mal. Hier ist es wirklich. Guck mal. Hä? Alter, guck mal, wir sind pink. Hä? Alter. Hä? Schau dir das mal an. Moment mal. Ist einfach pink. Hä? Hä? Alter. Dein Ernst? Das ist einfach eine Pepper-Pick-Torte. Ich esse jetzt mal einfach raus. Okay. Und schmeckt es? Ey, Leute, 10 von 10. Hat sich mal gelohnt, Herr Lohm. Hä? Leute, damit bin ich der Letzte im Haus. Das heißt, ich habe die Challenge gewonnen. Seht ihr das? Die heulen einfach. Ey, heult leise, okay? Aber Leute, liken und abonnieren nicht vergessen. Und bald bekommt ihr die Room-Tour. Sui! Banani ist kein YouTuber. Ey, ja, Banani ist ein Superstar. Ey, ja, mein Lifestyle ist einfach wunderbar. Ich wurde Miki und er in nur einem Jahr.